Ich hab echt keinen Bock auf das Theater. Ausschlafen, futtern, gut ist. Seid ihr gut eingekommen? Ja, alles gut. Ist eigentlich irgendwas im Busch? Bitte war so merkwürdig am Telefon. Unbedingt dieses Wochenende und kommt auf jeden Fall und so. Also was darf ich denn heute widerlich erfahren? Mama, es ist alles okay. Ich hab gedacht, wir feiern ein Fest, laden Leute ein, es ändert sich was. Sie ist seit Jahren eingestellt. Kein Mensch weiß, was passiert, wenn sie die Tabletten absetzt. Und wenn du sie mal ernst nimmst? Ich hab mein Leben in diese Ehe investiert. Jetzt möchte ich auch mal was für mich machen. Was man liebt, muss man loslassen. Wenn's zurückkommt, dann bleibt's. Und wenn nicht... Ist eigentlich immer alles Theater, was mir hier den ganzen Tag vorgekaukelt wird? Ich sag dir auch nicht die Wahrheit. Ja, komm. Wir müssen aufhören, uns was vorzumachen. Ja, aber zu welchem Preis denn? Mama? Das wird bald wieder gut. Das wird bald wieder gut.